Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fernflug Juff, das Mikrofon funktioniert jetzt Ich habe mir da jetzt für meine Hero 6 was gekauft Weil das sonst in der Kapitän drin versteht man mich fast nicht Und deswegen haben wir uns da jetzt zugelegt Mit einer Heimann Heute haben wir in... Guck mal schauen... 3. Juli Jetzt machen wir uns da mal eine Woche schnell Jetzt bringen wir dieses Heu auch mal weg Ja, zweiter Schnee haben wir jetzt alles schon weg Das war letztes Wochenende Und jetzt ist Heu noch Und ich mache da mal so einen Fernflug Allgemein glaube ich jetzt mal von Heu Das sieht man auch Also... Ich filme da jetzt auch mal Dann rumfahren oder so Dass das nicht ganz zu lang wird Genau So Starten wir mal Starten wir mal Und dann... Dann fahren wir jetzt einfach noch mal Ich halte sogar kein Zeug drauf Ich halte sogar kein Zeug drauf Und ziehen Sie bei das so Ja, ich stelle doch alles vor mir weg ein und dann wieder was ich dann habe gefahren, das ist eigentlich nicht direkt aus wie es ist, und ja, ich habe vor mir weggefahren, ja, ich habe jetzt das Laufwebege immer noch nach den Rastner, leider, ...ehrer Zeiger nicht wie ein... ...ner Freizügel... ...so wie... ...das Ecklöck. Aber irgendwie funktioniert das nicht ganz... ...mit einem Durchspiel. Ja... Das Heils ist ja wirklich schon richtig alt. Das ist gerade eben ein bisschen kurz allein. So vor den Ofenmann her und so. Und ja, deswegen wird es mir jetzt auch weg, dass es die Möller ist. Das ist ja noch ein wenig zu tun. Das ist ja fast. Das ist ja. Und das ist ja auch. So ja, hier ist ja noch ein wenig zu tun. Das ist ja fast. Das ist ja fast. Das ist ja. Können wir wieder einmal an uns werden. Also da ist es natürlich jetzt ein wenig schwer. Bei den Ofen drin liegt das wie hier. Und dann ist es nass auch noch. Da bin ich gleich noch viel tot hier. Super, da brauche ich gleich noch fest. Ja, da sind wir jetzt ziemlich hoch. Da haben wir fast 10 cm. Und da hat sich jetzt den Oberlenken ein wenig ein, weil es halbwegs zurücksteht. Da müssen wir das auch passen. Genau. So. Das kann ich auch mal zeigen. So. Das sieht jetzt ein kleines Bülkschirassen aus. Das ist auch sehr schön. Na hoch, da tut es sich sehr gut. So. 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 Jetzt haben wir das steigere Tempel gespürt, das wir mal einspüren. Jetzt haben wir die Flasche und die Flasche. Das ist die Flasche. Jetzt haben wir die Flasche. Wir haben die Flasche. Wir haben die Flasche. Ja, das sagt, dass wir viel hechten müssen. Wir wollen jetzt kein viel hechten. Und dann haben wir noch ein paar, wie es ist. Dann gehen wir noch ein Hechten. Dann wollen wir einfach noch auf diese Dinge. Dann machen wir jetzt noch ein wenigstens. Ja, das geht immer noch mal. Das andere ist bei uns eigentlich nicht mehr. Aber das wissen wir noch nicht so ganz. Weil es eben 50 Kilometer weg ist. Und wir finden, dass der Papa, ja, kommt Luftprüfung, die Popper holen und dies. Und die Facharbeit ist eigentlich nicht wirklich Zeit, dass wir jetzt alles daraus fahren haben. Deswegen machen wir jetzt einmal dies. Ja, das machen wir auch. Wie die da noch mal funktioniert. Da ist ein Scheinmaler. Wie die mit Ihren Planen. Wir müssen noch nicht auf meiner Position. Dass das ein Scheinmaler war. Das ist ein Scheinmaler. Da ist ein Scheinmaler. Ja, auf der Abfahrt, ich mag noch mal versengst, ob mal Stecken anstehen können, der unterhalb war nicht ein Abbauschen, weil ich mag, Mathe hat es auch noch Stecken geholt und so schaut das eben jetzt aus. Ich sehe es nicht so, dass es besser fuhr, aber heute ist es auch immer akzeptabel. Ja, Gerschen ist auch schon schön gelb. Der Radaktus ist natürlich auch, wenn es zu warm ist. Und ja, da sieht man sich noch ein paar Kreiseln. Jetzt gehen wir mal kreiseln. Das habe ich gestern gemacht. Einen Tag nachdem, dass ich das gemacht habe, was ich gefilmt habe, das sind die Flächen, die von uns 15 km entfernt sind. Die haben wir jetzt auch zu Hause gemacht. Ja, das sind ... Ja, das mache ich 1,5 Hektar meine ich. Und es heikt aber viel her. Also man sieht es, es ist schon ein schönes Tier. Obwohl es als gestern gemacht hat, einmal ein bisschen zu Kreiseln. Aber da scheint es in die Sonne halbwegs gut rein. Und gestanden ist es jetzt auch nicht so extrem viel. Deswegen heikt es sich eigentlich ziemlich gut her. Ja, das ist daheim. Das ist ... Äh ... Ich weiß ja, da wie eben ... Also wie das Pämpfer am Morgen, was ich da gesagt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber ... Das werden wir wahrscheinlich jetzt Paderpämpfer machen. Das müssen wir mal probieren. Das ist gut, 3,5 Hektar. Ähm ... Ja, einfach mal probieren das. Da werden wir Rumpämpfer machen. Ja ... Ja ... Das Flose brauchen wir eigentlich halt nichts, weil ... Unser Heu, das nicht noch so viel ist ... Kann ich und Papen ein wenig überrimmeln. Weil das ... Das Flose zeigt auch mir gar nicht. Also ich würde auch viel über alles die Resten ganzes Heu aufgesprache ... Aber auch, man kann sich so nicht aussuchen. Das letzte Wort hat trotzdem immer noch ein Pappen. Sücht nicht. Ja, ich glaube, das sage ich auch schon mal, dass wir da den Grund haben, der, was da so weit von unserem Aufweg ist. Also, mein Ufer, der kommt eben von den Orten, was da gleich ist. Und das war eben so ein Bauneisel. Und da waren eben die paar Hektar da dabei. Also, zwei Hektar Wiesen und zwei Hektar Vöhrl. Und weiß nicht, fünf Hektar Witz, glaube ich, oder so. Und das haben wir eben trotzdem noch. Also, das bewirtschaften wir noch. Aber wir finden es eben alles so an. Der Hof, der ist vermietet. Also, da haben wir auch noch ein paar Unwert drin. Ja, genau. Und da dürfen wir eben, ja, zwei, dreimal im Jahr Heimhoff da und vielleicht noch irgendeine Silo fallen. Ja, mehr eigentlich nicht. Das liegt auch halbwegs hoch da. Also, da sind wir auf einer Seehöhe, für ein paar Sekunden auf Wetter. Ja, wir reisen das mit Rabanne, mit unserem Hützinger, kleinboden, 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 das ist das glaube ich. Wir haben wir schon ewig. Aber man macht immer noch alles einen Intens. Ja, ich meine, ja. Das ist so in Recht hin, wenn wir in den Kreisen heilen. Ja, wir sind ja auch. Ja. Ja. Und das ist wohl einfach geströmt. Also, jetzt muss man von Kreisen auf Bremse steigen, Das ist schon ein wenig steuer. Da geht es halbwegs weg. Da weißt du es auch. Jetzt geht es da hinten auch noch weiter. Das Reisen ist dazu da, dass die Halme aufnehmen vom Boden. Durchmischt sozusagen. Da zusammenhaut und wieder Schlepprad auflegt. Dass sie Duft reinmacht. Dass sie triggert. Und eben auch bei den ersten ein, zwei Mal noch. Dass die Halme so reinknickt. Dass Feuchtigkeit rausgeht. Dass sie eben auch gesicht werden. Ja. 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 Jetzt nehmen es einen Rack mehr. Ja. Doch das ist das, okay. 5. Juli, 7.5. Juli, weil mein Schwester auf Geburtstag ist. Deswegen... Ja, beim Kreisen geht es eh nicht so genau her. Also da braucht man es nicht bis in die Richtung zugefahren. Ich darf ihn eben dann auch noch aufhängen und zeige euch aber ja dann eher, was das ist und wie das funktioniert. Ja, erinnert, dass wir auch noch aufgefahren. Wir gehen schon wieder. Und das ist, dass wir auch mit dem Falken aufgefahren sind. oder Frissen. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie es ist, das macht. Da wäre mir interessierend, wie meine Zuschauer das machen. Also wir haben einen Haibund, da haben wir auch einige Schluse auf. Eben Strah und Haie. Und den Rest haben wir noch Frissen. Aber wir kommen eigentlich mit den Straßen selten aus. Es gab eigentlich auch immer was zu. Da gab es meistens eben Pfarrerwollen zu. Also zu großpacken wollen. Also mir war es immer Moler, wenn wir da durchs Essen essen. Ansonsten Haie und Strah. Weil ja, einfach alleine fahren Lager und das taugt mir schon mal viel mehr. Und wir müssen halt auch, wir haben kein Haigran oder so. Wir müssen alles mit dem Gebläse rein tun, also raufblasen. Und das taugt mir schon heute noch halbwegs viel Rücken. Ja, und jetzt fahr wir daheim. Dann tue ich daheim mit mir aufhängen. Und dann fahr wir schon da raus und dann tue ich da auch noch aufhängen. So, ich bin jetzt wieder da auf deiner Fläche angelangt. Mit Besinn und mit dem Pfarrerwollen geladen. Ja, also es ist eigentlich schon scheint hier jetzt. Nach dem bisschen liegen, was es jetzt hat. Aber man sieht, die Wilken sind schon viel da. Aber passen hat es ja gut ein paar Waschzeugfutter. Und ich meine, das wird wahrscheinlich morgen so werden. Weil wir werden es jetzt nicht mehr weg tun. Ich tue jetzt das aufhängen. Dass es zumindest nicht breit da liegt. Das wäre zumindest so, in meinem Verstand so ein wenig logisch. Dass es eben so ein wenig zusammen liegt. Dass das Wasser nicht so viel anmacht. Weil morgen machen wir es trotzdem, ja, 2 Liter. Aber eigentlich, ja, so 50%. Also wahrscheinlich kommt eh nix. Aber trotzdem, wir werden es jetzt wahrscheinlich aus der Mittwoch pressen. Heute haben wir Sonntag. Morgen wird wahrscheinlich gar nix passieren. Und wir werden es auch morgen nicht kreiseln oder was. Dienstag nochmal kreiseln. Dann aber gespart wahrscheinlich Schwadern. Und dann Mittwoch, Mittag, nachdem das ich von der Schule kam, werden wir es dann pressen. Daheim mit dem Quaderballen. Und da machen wir Rondballen. Ich denke, dass das so, ja, sie ihn Rondballen werden. Eigentlich so gut wie nix. Aber wir müssen es trotzdem nehmen. Wir müssen immer mit dem Spitzhausen fahren. Mit dem Nachbarn, mit dem Ballenwagen. Genau. Ja, aber weiteres, ob das dann wirklich so wird. Oder ob es morgen volle Harzen schieft. Dann haben wir es da auch nicht. Das wird es dann sehen. Und ich werde es auch erst sehen. Weil ich muss eben auch morgen wieder in die Schule. Und der Papa eben auch einen Jogkurs. Deswegen ist eigentlich eh gehörner daheim. Der Papa tut jetzt daheim aufhägen. Mit dem 3.65 und mit dem Kleid Schwoder. Und gehe eben mit dem. Ich lasse dann den Schwoder auch gleich heraus. Ich fahre dann leere heim. Und morgen dann, oder übermorgen, lädt er mit dem Kreisel raus. Dass der schon heraus steht. Sein Schwoder. Ja. Ich mache das jetzt einmal ein weiteres Sechst. Ich führ jetzt da wieder hier rein. In dem Fall. Das ist einer Wiese. Ähm. Draußen ist aber zu viel. Und jetzt gehe ich da aufhägen. Aufhägen hat den Sinn. Dass das Gras, das was unten drin ist. Das was halt eingeführt ist sozusagen. Äh. Sobal ich auf meinen Gräsenhaier oder auf den Maun drüber gefahren bin. Dass es halt reingedruckt hat, dass ich das. Aushähe und auch eben da auflege. Ähm. Ja. Ich habe jetzt in dem Raum. Bei. Also die Spotttüche. Weil die Halderung da hin ist. Und jetzt drückt es immer so in den Boden rein. Und irgendwie schaut das nicht so gesund aus. Deswegen haue ich es jetzt einfach aufgedacht. Macht halt jetzt keine Scheinmalen. Aber in dem heißt es wurscht. Weil das sowieso jetzt. Morgen oder übermorgen wieder. Äh. Zer. Gestrahlt wird. Ja. Also wir fahren da eben ein paar andere so rund um. Da ist halt ein kleines Mädchen. Jetzt. Jetzt nicht so ein großes. Jetzt da bin ich eben. Wo ich einmal oben gekriegt und einmal auf will. Dass ich einfach da noch komme. Und dass ich eben hier jetzt zu fahren kann. Muss immer einmal aufgerichtet werden. Und das da habe ich eben auch gekriegt. Wenn das Holz zu gehen. Ja. Da geht es immer so genau her. Ja. Da kommt auch mal zur Sine Bahn. Wenn es dann halt auch mal zu fahren. Also ich finde es da halt am gescheit an. Bevor es einfach auf der Kurven. Weil es einfach umscht lange geht. Und auch fürs Kreiseln ist dann am einfach. Also es geht es genau aus. Dass drei so Rehren. Da wische ich genau mit dem Kreisler. Deswegen schaue ich mir, dass ich drei halbwegs gleich mache. Und dann kann man eins wieder ein wenig anders machen, das ist nicht so schlimm. Als dann wieder drei. Also zum Beispiel da jetzt das dritte mache ich noch eckert und dann schaue ich, dass ich rund fahre. Obwohl es eigentlich falsch war. Ich glaube, da freue ich es dann auch noch eckert. Ja. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber da ist jetzt ziemlich was ausgelassen. Weil es beim Trinkling ist, ist guter. Und das kann ich so jetzt dann noch trickern. Das ist halt der Vorteil von den Ganzen. Das heißt, nebenbei uns aufheigen, haben wir das gut. So, wir haben heute den 8. Juli. Also, jetzt sind wir mit auf ihm. Ich habe jetzt noch nicht mitgenommen gehabt. Jetzt ist Philipp war eins. Der Opa tut da schon schwadern das Heu. Und ich hole hier jetzt in den Polenwagen. Also in den Tierfahrer von unserem Opa. Und fahre eben da außen, das was noch 15 Kilometer weg ist. Das hole ich mir dann gleich mit dem Polenwagen. Der Papa ist schon rausgefahren mit dem Schwader. Und mit dem Rundlauer Traktor, dass wir bald dann gleich laden können. Und ich will eben jetzt im Polenwagen fahren. Ja, am Vormittag fahre ich mit dem Traktor in der Schule. Also wir waren eigentlich ziemlich die ganze Klasse. Weil ich meinen Abschluss jetzt habe in der Landwirtschaft geschwächt. Und den habe ich eben jetzt geholt. Und jetzt haben wir mit dem Traktor. Ich fahre den auch eigentlich her. Jetzt muss ich gerne erst 10 Jahre anplanen. Ja, ha 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 ha! Ja, ha 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 ha! Ja, und ich hole mich jetzt von Nachbarn in Polenburg, das ist da hinten ein Freund, also für mich halt ein Nachbarn. Genau, da fahren sie mal gleich hin und dann sieht man sich draußen wieder beim Reisen oder beim Schwadern, weiß ich noch nicht. So, ich bin jetzt draußen, der Papa tut ja schon schwadern. Also, das habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen. Das ist jetzt erst reines Heu. Also wir haben das jetzt fünf Tage hingehört, das ist ja heftig genug, aber es hat eben einmal so ein wenig reingekriegt, so einen halben Liter. Aber ich meine, ein paar Wasserfutter, habe ich schon mal gesagt. Und ja, es war eigentlich immer so, wie es jetzt ist. Es ist ein bisschen bedeckt und wenn es kalt gegangen ist, es war eigentlich wirklich nicht so heuer wieder. Und der Boden war extrem los eigentlich. Und ja, jetzt kann ich es gespannt auch noch euch zeigen. Der TV mit dem Türflader. Ja, hier ist jetzt schon ein wenig öders Fabrikat, aber geht auch. Jetzt ein Boden finden du das auch. Genau. Ja, ich tue jetzt wahrscheinlich ein wenig reichen. Ein wenig schnell ausschauen und dann Nummer 3, jetzt ist 2, kommt dann Press. Ja. So, ich tue jetzt auch ein wenig schmolern. Also ein paar Mal im Kloch. Ich tue noch ein bisschen schmolern. Es geht ganz schnell. Es geht zwar drehen, das ist ja nicht, weil wir so klein haben. Da haben wir jetzt nicht, dass es gut ist. Es gibt auch so viele Kühe. Aber deswegen ist das Rest der Ring. Und das muss man mal links hinweg sein. Und das muss man mal links hinweg sein. Weil es eben oben zu ertrinklig ist. Das muss man dann noch zwei Quadratmeter machen. Aber dass man das oben nenntet. Das wird jetzt auch. Sie machen das jetzt so. 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 Hier vorne haben wir schon eine Spitzung, dass wir dann einen Freudenladen können. Hier vorne haben wir schon eine Spitzung. Hier vorne haben wir schon eine Spitzung. Ja, mittlerweile Espresso können wir die Fahrt eh dahinten. Das ist ein 14er-Find mit einer Krone Xtreme-Komprema V150 XC. Ja, wir brauchen noch eine Spitzung. Wir befürchten, dass wir noch einmal fahren müssen. Das haben wir nicht gedacht, dass das so ausgibt. Aber wahrscheinlich wird es nicht aufgegehen auf einem Tierfladenfall. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch zwei zu fahren müssen. Da haben wir jetzt noch wie gar nichts weg. Und drin ist dann auch noch das, wenn wir zwei zu fahren müssen. Aber ja. Ja, natürlich in Deutschland Praktikum ist es gut gescheit gelernt. Ehe ganz klar. Das kann ich mittlerweile wie jung sein. Ja. Ich bin jetzt mit der ersten Fuhr. Ich bin schon fast daheim. Ich bin jetzt nicht am Letzten gemerkt bei uns. Es geht sich gerade dämpfer raus. Also jetzt sind noch 8 Winkeln, glaube ich. Und 8 habe ich jetzt geladen. Und 6 wären noch gegangen. Jetzt habe ich gesagt, es waren wir zweimal. Ja. Jetzt habe ich da hinten noch 8 Winkeln genommen. Also es geht wirklich raus. Aber ich meine, jetzt habe ich noch mal was her. Also der Traktor liegt wirklich so geil auf der Straße. Also mit dem kannst du ohne Probleme fahren von 50 km fahren. Und ja, ich darf das in Österreich. Habe ich auch schon. Aber ich habe gesagt, bei uns gibt es heute einen Traktorführer schon in den F. Und mit dem kannst du bis 40 Tonnen an 50 km fahren. Genau. Ja, das ist eh schon unser Hof. Jetzt gehe ich mit dem Hoftraktor an. Und dann press ich wieder raus. Ich gehe dabei raus. Ich mache es nicht so schnell mit dem, und dann muss ich ihn nicht mehr an machen. Ich mache es doch da aus. Jetzt habe ich noch nie an. Aber ich mache es so schnell ein paaraporegen. Ich mach mich um die Beine und ich mache es jetzt. Ich mache es einfach. Das klingt bevor ich die Kamera drüben. So, ich rufe das heute. So, ich rufe das euch. Das war's. So. Dann. Ja, wir laden jetzt da am Quaderpoin gleich noch den Wagen auf, damit ich dann alles schließen kann. Ähm... Ja. Genau. Das ist eben eh. Direkt von aus, wie es ist. Und dann mit unserem Vierfach-Polenspitz. Aber den werdet ihr dann eh am Hofdruck auch noch sehen. Natürlich da Palm-Profis-Vater und Sohn. Seht ganz klar. Aber ich glaube, dass mein Hofdruck sogar ist ohne Scheinagang. Aber der Papa traut ihm das. Fährt lieber mit den Fiesen immer, ja. Ja. Also mit zwei Zehnten kannst du die gar nicht nehmen eigentlich. Die sind ziemlich weich. Das sind ja sechs jetzt, wenn sie gebohlen da waren von den Flickchen. Ja. Genau. Und dann. Ja. Ja, nochmal. Ja. So, dann können wir da nur einherstehen, dann fahren wir gleich weiter. Wir haben noch nie einen Quaterball gemacht, das ist heute das erste Mal, ich wollte es einfach mal probieren, ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie sich fallen werden, aber wenn ja recht ist, Futter können wir immer brauchen, jetzt brauchen wir halt noch so einen Ballwagen, also der ist eben für den Opa, einen geschickten Ballwagen, das wäre noch nicht schlecht. So, ich hang jetzt da mal die ersten dran, ich hab jetzt die ganzen alten Donnerrand, dass wir eben die frischen zuwischen und dann die alten Futterbärchen, die lassen sich ein wenig kacke stapeln, weil sie halbwegs wach sind, aber geht auch, also ich mag meinen Hofdruck bis ganz hoch, eben dann nochmal zwei, also zwei, 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 genau, da seht ihr es nochmal ein wenig versetzt, weil alles da nicht ist, dann kann es sich sowieso nicht aus, ja, da stößt noch einen drauf und dann können wir da noch zwei her, da sind noch ein paar, schau mal, Kater, genau, und dann können wir die neuen Rumpeln davor, die 16 und dann können wir die alten wieder her, die alten werde ich dann da zustimmen oder so. Ja, wir haben eben zu Quaderballen mit dem Traktorklon, also hier zu stapeln, du bist mit dem Hofdruck, eben mit unserem geilen Weidemann Aufnahme auf Hauer Aufnahmeadapter und dann eben in Vierfachspitz, schaut fast ein wenig gefährlich aus, ja, da haben wir eben die Heiwanderlei hergestellt und da haben wir eben jetzt gleich von der Wies, die zwölf Quaderballen noch geholt, also 14 waren es, die Paparanz waren von der Wies, die da haben wir eben nicht genommen, die haben wir eben nicht genommen, ja, die haben wir jetzt gehört. So, ich hoffe, es ist jetzt etwas, was ich so gut. Ich hoffe, es geht jetzt mit dem Mikrofon vergessen. Ich hoffe, es geht so, wenn ich so eine Ewingle habe. So, jetzt dreide ich den letzte Hunde. Wie kommt bloß mit Huren und Stenger? Freu dich das mal an! Ja, schön, schön, schön! Ich muss noch mal meinen kleinen Ort ansehen, weil der schadet häufig viele. Jetzt muss man sehen, häufig die Aussen suchen, was wegen Feister Place zählen. Sonst machen wir es nicht schön. Oh, das ist schon gut, also vielleicht, dass da oben stehen wir noch so ein bisschen zurück, dass er wirklich nicht Vierer fallen kann, da gehört mir irgendwas gemacht auf die Gabel. So zwei so stehen, dass er wirklich nicht zurückfallen kann, weil das ist schon fast ein bisschen gefährlich. So, raus, wo ist es wieder geschlecht, fix, fertig. Da steigen jetzt die ganzen alten Bullen, da ist Grammar zusammengeschlecht und da ist Heu. Quader Bullen, ich hätte zuerst sechs übernommen können, aber da hat es ein kleines Fauxpas gegeben, aber das seht wahrscheinlich auch die Autos an, Ende des Jahres. Ja genau, dann habe ich da noch die Rumpel rauf geschlecht, schau ein wenig aus wie ein Landwirtschaftssimulator, tut es ein wenig übereinander, aber es hält, es hängt da alles zu, also es hängt nichts an, dass es da ohne Fahrrad. Schaut auf jeden Fall gut aus. Aber wir haben echt nicht gedacht, dass das so ausgibt, also eigentlich haben wir genug Heu für den Rest des Jahres. Bis nächstes Jahr kommen wir mal jetzt sicher aus. Da sind ein wenig ein Grammert hängen und daneben Streu kommt auch bald. Mal schauen, wo wir das hinstellen. Ja genau. So, dann war es das aber auch mit dem Fahrradflug. Alle, glaube ich, halbwegs lang hier sind ziemlich vielseitig. Ich stößt dann den Bullenwagen noch zurück und die Bullen-Gabell gehört auch noch eingestellt. Und ja, das schaut auf jeden Fall gut aus. Da haben wir so zwei vor der Streu ballen. Da ist auch noch einer. Und das ist eben ein Streu, Streu. Ja, genau. Dann war es das jetzt mit der Vlog. Ich möchte danke sagen fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Für Teuf!